ja hallo herzlich willkommen liebe heimkino fans es gab ja in den letzten wochen gab es ja hier diskussionen im internet über die zukunft der leser tvs und da wollen wir auch kurz unsere sicht dazu schildern und dazu habe ich wie immer den ecky schmidt eingeladen hallo hallo ja das ist ja ein sehr interessantes thema was da im moment im internet diskutiert wird ja und muss ja immer irgendwas zum diskutieren geben genau und wir möchten natürlich unsere sicht auch dazu abgeben und ich habe mir jetzt hier mal ein paar kleine notizen gemacht aber eigentlich brauche ich die gar nicht das erste ich möchte jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen was ist denn zurzeit aus deiner sicht was sind denn die vorteile des leser tvs und sind sie immer noch in also meines erachtens ja also wir verkaufen sehr viele leser tvs deshalb kann ich das gar nicht verstehen und ja das würde ich jetzt ganz gerne mal von dir hören ja okay also es geht ja in erster linie bei heimkino er allgemein um die bildgröße wir machen wir beschäftigen seit 20 jahren mit heimkino in erster linie um das bild möglichst groß zu machen um eben an das kino original heranzukommen und die heimkino beamer die gibt es ja auch schon also die digitalen seitdem die mal am wohnzimmer tauglich oder überhaupt das ist ja seit der digital beamer also gut 20 ich würde mal sagen gut 20 jahren sind sie wirklich massentauglich die die heimkino beamer aber heimkino beamer wir wissen es haben immer lichtverlust und so weiter gebraucht und auf der anderen seite hatten wir immer die fernseher die sehr schön tageslicht wohnzimmer tauglich sind aber immer sehr klein sind und lasertv war jetzt vor ein paar jahren eine optimaler ein optimaler hybrid eigentlich für all diejenigen die eben den aufwand eines beamers scheuen mit deckenhalterung und spezialleinwand und abdunkeln und 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 den hier und den hier nicht ein großes bild wollen den kann man ja hier ja wir hier ein super schönes exemplar gibt der mann hin passen passen screen und dann ist das schon sehr nahe von der funktion an ein fernseher auch relativ einfach zu nutzen tagsüber nutzbar und abends richtig schön großes bild und kino feeling und jetzt das ist glaube ich jetzt der grund der diskussion auch ein bisschen jetzt werden ja die fernseher immer größer die waren ja vor ein paar jahren nur 50 60 zoll dann kamen 70 80 und jetzt sind wir ja bei knapp 100 zoll das ist praktisch die einstiegsgröße bei so einem laser tv mehr oder weniger und die fernseher kommen jetzt aber in diese bereiche dann kann man natürlich hinterfragen was hat dieser laser tv noch einen vorteil denn er hatte aber den vorteil des großen bildes oder hat der laser tv keine vorteile mehr weil jetzt die fernseher diese bereiche kommen ja wir haben jetzt hier denke schon dass da einige vorteile noch sind haben jetzt hier im hintergrund haben wir den hisense 100 l5 hd für 100 zoll genau sind die ja immer auf eine größe für richtig und da sieht es jetzt so aus da ist ja schon eine screen dabei und was musst du da bezahlen der kostet 2 999 und nicht mit irgendeinem screen der hat tatsächlich ein fresnel screen der wirklich also das wirklich tageslichttauflich kenne den screen sehr gut gerade bei diesem gerät das ist echt eine ziemlich geniale kombination und der sieht ja auch noch sehr hübsch aus der hat hier so eine aluminium oberfläche und du hast ja einen test gemacht das ist ja so ein bisschen witzig heisenz hat ja diese diese kooperation mit leica und leica hat ja so einen aluminium laser tv rausgebracht mit heisenz technik und heisenz war so schlau und hat das design aber sogar aluminium ja mehr oder weniger kopiert und bieten das jetzt für ein drittel des preises sozusagen an ja und ja ist wirklich aluminium sehr hochwertiges gerät sehr helles gerät sehr kontraststarkes gerät und dieser screen ist halt auch sehr ideal also wenn man objektiv ist für 3000 euro kriegt man hier ein 100 zoll es gibt ja auch noch 120 aber 100 zoll bild das wirklich es gibt auch 90 90 ist aber ein anderes modell der 90er ist nicht in aluminium das ist das alte modell der vorgänger ja ja dieser schwarze gut wir haben zufälligerweise hier im haus haben wir auch eine aluminium fertigung da ist jetzt gerade momentan die produktion im gang aber ich denke die wände sind dick genug aber ich kann das ja mal nachher mal kurz einblenden hier im video dass ihr meine vorstellung habt wer wir eigentlich sind und wie vielseitig wir sind ja genau so eine platte könntet ihr auch im loop aber eggy jetzt sag mir doch mal welche vorteile ein 100 zoll tv heutzutage hat und was der kostet und was der also für vorteile erst mal hat also klar ist eine gute nachricht fernseher werden groß damit hat man natürlich mehr konkurrenz am markt und man denkt ja meine probleme sind gelöst ich habe mir letzten monaten ja viele hundert zoll fernseher angeguckt ich finde das auch sehr interessant und ich bin da auch tatsächlich weniger parteiisch als manche vielleicht denken mögen weil ich durchaus die vorteile von fernsehern sehe und ein entscheidender vorteil von einem fernseher ist einfach seine helligkeit nicht das ding leuchtet einen an jetzt gerade zu zeiten von hdr können die dinger 1000 nits 2000 also extrem hell das sind schon lichtleistungen in die sich diese laser tvs nicht bewegen und deshalb sind sie tagsüber dann haben sie meistens noch eine dunkle scheibe da kann das wieder diskutieren dann kommt es wieder auf die preisklasse an denn die dunkle scheibe sorgt auch gleichzeitig für einen höheren kontrast tagsüber die ist ja schwarz die scheibe und dann kann er natürlich auch tagsüber einen guten kontrast machen aber und da sind wir wieder bei preisklasse in der größe sind ist es dann aber auch entscheidend wie er entspiegelt ist aber bleiben wir bleiben wir doch erstmal bei den vorteilen die möglichen vorteile also der objektive vorteil jeder fernseher jeder preisklasse hat ist die helligkeit und auch der kontrast tagsüber das ist schon so das kann man sagen da wird so ein gerät gerade wenn viel licht im raum ist im sonnenlicht übrigens direkte sonneneinstrahlung verträgt auch ein fernseher nicht aber wenn man ein sehr helles mund zum hat ist der fernseher definitiv ein vorteil genau also sagen wir mal jetzt kommen wir noch mal zum laser tv was der für vorteile hat erstens mal kannst du den 100 zoll laser tv problemlos durch ein treppenhaus tragen genau also dass das werden natürlich noch viele die erfahrung machen da habe ich mich schon öfter mit beschäftigt 100 zoll ist schon wirklich schwierig aufzubauen also vor allen dingen man kann die dinge eigentlich tragen und natürlich auch zu zweit und so weiter man muss die sehr präzise tragen man kann die nicht über ablegen weil sie schnell schaden nehmen wenn du irgendwo gegen stößt haben die sofort eine riesen macke da wenn du pech hast sind sie kaputt die musst du wie ein rohes die muss wirklich wie ein rohes ei behandeln und und gleichzeitig dann an so eine wand hängen wenn man das noch nie gemacht hat oder zwei also das ist ich wette viele die im versand haben sich und da werden viele rückläufer entstehen weil viele geräte beschädigt aber jetzt aber wo der laser tv jetzt mal an sich der ist noch hat natürlich ein sehr sehr angenehmes licht also was man jetzt wenn man jetzt wird wenn man zuschauer ist und das bild betrachtet genau also das ist auch meine prognose der fernseher hat ein paar vorteile der fernseher kann auch sehr viele vorteile haben oder sind wir über preisklassen wenn man jetzt wieder kontrast nimmt und so weiter und farbgenauigkeit und wie für zonen nicht und dann sind wir schnell bei fernsehpreisklassen jenseits der 10.000 euro das sieht das klingt jetzt momentan immer so gut man kriegt für vier fünf tausend euro fernseher die sind auch die haben auch ihre vorteile nach wie vor aber die haben unter heimkino gesichtspunkt hast du das stichwort haben die auch entscheidende nachteile noch ja das kann sich auch wieder entwickeln aber wenn man jetzt wirklich kino feeling sehen wir wirklich also dieses dieses kino mit dieser projektion da haben leser tvs eine anderes eine andere charakteristik das mag ein bisschen subjektiv sein aber viele bestätigen das so es gibt auch natürlich leute die sagen dieser fernsehlook gefällt mir besser ich mag dieses angestrahlt werden aber objektiv hat das nicht viel mit kino zu tun also aber sagen wir jetzt hast du aber gar nicht so viele vorteile für den tv gefunden also wir haben du hast jetzt gerade mal zwei dinge genannt hast du hier gesagt also um einen die 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 helligkeit ist überragend und du hast gesagt aber gleichzeitig auch der kontrast mehr gut das über auf jeden fall das über ist der kontrast bei dem fernseher sehr gut ja aber aber mehr hast du mir jetzt eigentlich hier gar nicht präsentieren können du hast gesagt man könnte in einer deutlich höheren preisklasse einsteigen hat da kommen aber gleich noch das ist ja dann noch der zweite part aber jetzt wird mich mal interessieren ob die zuschauer weil wir möchten ja hier das ganze ja nicht beeinflussen dass die zuschauer jetzt mal tatsächlich in die kommentare reinschreiben was denn und da muss man aber auch sagen bis zu welcher preisklasse genau man muss man muss ja relativ fair bleiben so ein gerät kostet jetzt 2.990 euro man kriegt für aufpreis kriegt man noch rgb leser dazu die haben dann auch extrem intensive farben ich glaube ein tuner ist ja sogar drin also technik geht nach oben noch streaming noch ein bisschen auflösung hast hier im prinzip eigentlich alles mit und bot was auch beim tv high end laser tv da sind wir bei sagen wir mal rund 4000 euro ab 4000 kriegt man bei laser tv schon die creme de la creme glaube ich 4.000 da ist eigentlich dann der laser tv momentan das ist schon die top rieger genau fernseher 100 zoll oder 97 zoll wo die meisten sind 97 8 die fangen ja in dieser preisklasse erst an man kriegt jetzt für 4000 die ersten einstiegsgeräte man darf aber nicht vergessen das sind riesige geräte aber auf technisch gesehen sind das relativ einfache lcd fernseher und dann geht es nach oben so da geht es nach oben mit mini led mit zonen mit mehr helligkeit und das endet bei ule bremsen wir mal kurz ab wieder jetzt wollen wir mal für diese fernseher die jetzt um die 3000 euro kosten die nachteile jetzt will ich gerade mal sagen gut kriegt man vielleicht inzwischen die auslaufmodelle für 3000 euro kriegt man eigentlich keinen wirklichen also erstmal muss man muss man dazu sagen dass ein fernseher der in der 3000 euro klasse ist oder vielleicht auch ein paar steine mehr der ist dann komplett aus recycelten joghurtbüchern gebaut also das das merkt man auch schon weil was nix mehr die mordshelligkeit ja und der tolle kontrast wenn der wenn der fernseher nicht entspiegelt ist also wenn ich davon eigentlich wenig mitbekomme das hängt ein bisschen von der konstellation ab wenn man die geschickt positioniert dann mag das kein problem sein wenn man wenn man licht im rücken hat ist es wirklich ein problem ich weiß das kenne ich aus den kommentaren da schreiben viele nö ist kein problem das mag sein bei euch aber ich also ich habe die schon fernseher wirklich in vielen szenarien vielleicht ist auch ein bisschen empfindlichkeit ich ich reagiere zum beispiel persönlich wirklich allergisch darauf ich sehe alles immer in diesen dingen gerade bei dunklen bildern also man muss jetzt auch mal dazu sagen wenn man pixel genau steuern will das bild pixel genau steuern will dann muss ich das ja irgendwie auch sagen wir mal auch in real so steuern können das heißt bei einem fernseher habe ich ist es ja aufgeteilt in zonen was weiß ich es war mal das war mal 256 mittlerweile da ist mir vielleicht bei 1000 ich weiß nicht was die günstigen können tatsächlich die es gibt da jetzt ein paar hersteller die sich auf sehr günstige fernseher die haben jetzt ihre neue modellreihe da bekommt man einen 100 zoll fernseher mit ab der die einstiegsmodelle haben 1200 zonen klingt viel ist bei 100 zoll aber natürlich ja das muss man ja mit wir relativ große zu 4k geteilt durch die zonen also die auflösung der vierkarte summe du hast ja über zwei meter bei 100 zoll hast du zwei meter 20 bildbreite ja 1200 zonen das sind 40 mal 30 zonen genau das ist jetzt wenn man 40 mal 30 wird klingt das schon nicht mehr so viel das heißt man hat auf 2 meter 20 ungefähr 40 zonen ja dann ist so eine zone ja doch wieder sehr groß das heißt man hat wirklich schon wieder recht große felder das sind glasbausteine das sind kleine und das ist halt der bereich der gedimmt wird habe habe ich das bei einem beamer auch nein ein beamer kann ja lokal nicht stimmen das ist ja jetzt auch ein nachteil von einem beamer also es gibt ja diese dolby vision beamer für die können anscheinend lokal dem aber heimkino beamer kann lokal nicht der hat immer denselben schwarzwert für das gesamte bild ist praktisch wie wie ein normales background bei einem lcd dadurch sind die laser tvs im schwarzwert etwas limitiert die arbeit mit ihrem hohen nativen kontrast er hat zum beispiel einen hohen nativen kontrast von über 3000 zu 1 das ist sehr gut also das erzeugt schon sehr guten schwarzwert und auch einen hohen in bild kontrast die arbeiten so in dieser hinsicht ein bisschen ehrlicher die dimmen vielleicht insgesamt aber nicht zonen basieren jetzt abgesehen davon wenn wenn ich jetzt ein haus habe wo ich die möglichkeiten habe auch einen relativ großen fernseher problemlos von a nach b was weiß ich bis in den dritten stock zu transportieren welcher fernseher oder was muss ich denn da investieren um das alles hier in die tasche zu stecken ja also wenn man in die tasche zu stecken die geräte haben halt ihre individuellen vor und nachteile für kino für tagsüber wenn man jetzt wirklich anspruchsvolles heimkino will also wirklich mit filmen guter kontrast wenig nebeneffekte kein bildpunkten also auch bei einem fernseher das kriegt man für 5000 6000 euro nicht kriegt man ich habe mir den samsung angeguckt den heisen angeguckt die tcls angeguckt man kriegt keinen fernseher der der nicht pumpt der 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 nicht irgendwo doch wieder so helos hat und so weiter und das alles nicht will also wirklich perfekte qualität dann sind wir bei einem fernseher bei 100 zoll definitiv im fünfstelligen bereich und zwar deutlich im fünfstelligen bereich also der fernseher den ich am besten am hochwertigsten bisher gesehen habe war der oled von lg knapp 100 zöller high end wie heißt der ich weiß gar nicht 97m irgendwas der kostet uvp 35.000 euro der hat natürlich noch so ein paar lifestyle features funk schöne ständer aluminium und so weiter für nur 30.000 euro wenn man billig kriegt vielleicht 28.000 euro das ist wahrscheinlich wird er in jedem haushalt stehen ja wie du schon sagst wenn man jetzt ein haus hat wo man überall platz hat für so ein ding dann spielt das vielleicht auch keine rolle ja vielleicht passt er gar nicht durch die haustür da würde ich sagen da ist man wirklich fernsehtechnisch ganz oben und hat ein großes bild obwohl 100 zoll für heimkino ja immer noch eine einstiegsgröße muss man ehrlicherweise auch sagen 100 zoll sind zwei meter zwanzig breite rund das ist jetzt noch nicht heimkino in also das ist schön aber also liebe heimkino fans wir haben natürlich uns vorbereitet und haben da vorher haben wir im internet mal recherchiert nach diesem lg oled mit genau wenn jetzt einer sagt oder interessiert mich mal möchte ich mal sehen genau und da haben wir mal recherchiert das sind wir da in idealo und da haben wir irgendwie so ein was weiß ich so eine one man show da gefunden keine ahnung 0815 und 4711.de ich weiß nicht es gibt online shops die habe ich noch nie gehört eins war genau also man guckt wo kann man diesen wenn man sich jetzt für diesen fernseher interessiert möchte man auch mal sehen bevor man 30.000 euro und wir wir wollten eben mal recherchieren ich habe jetzt eine viertel stunde auf google ich habe keinen händler gefunden der das ding vorführbereit hat muss man praktisch blind kostet doch noch 35.000 muss man ja nur blind im internet bestellen wenn du denn als händler heutzutage aufbaust ja auspackst aufbaust dann dann musst du denn dann als b-wahr verkaufen ja und und dann 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 legst du wahrscheinlich drauf so wird es dann besser als ich ja ich kann mir das ich kenne keinen kunde der das der da irgendwie etwas haben möchte was was schon jeder angefasst hat ja also das will keine preisklasse bestimmt und da haben wir mal recherchiert und wir haben gerade mal also wo das so wo dieses dieses modell sofort lieferbar war ich glaube saturn oder so hatte den ja angeblich sofort lieferbar und euronics oder so gut da sind große große verbände aber zu uvp ja also da gab es in idealo die haben denn schon für 23 angeboten ja das hat mich ein bisschen gewundert angeblich auf lager aber drei stück in zulauf genau und den zulauf ja ja weil die ja jeden tag sich verkaufen ja also ich will da jetzt keinen namen nennen das könnte ja selbst googeln dann seht ihr wer das so im detail anbietet also ich weiß das sind doch keine händler die man irgendwie mit high end fernsehern ich weiß nicht ich würde es auch nicht also sagen wir gut das aber okay also man kann gehen wir nicht näher darauf ein das heißt also du kannst diesen fernseher nur auf der ifa sehen ja ja dann musst du ja oder genau oder man versucht beim hersteller in ein sample zu kriegen ja das war's ja also das ist recht schwierig dazu kann ich sagen also es gibt hier einige ausgelesene händler in deutschland die haben sich natürlich spezialisiert und die haben fast alles lagermäßig und auch in der ausstellung also wir haben zum beispiel hier ganz viele high sense geräte wir haben benq wir haben awol vision was was ist lg den hu 915 qe das ist der eines der hellsten aber jeder hat seine vorher nachteile und das muss man ganz einfach sehen es ist halt auch ein bisschen anwendung es gibt bestimmt den den user der mit dem fernseher auch mit einem einstiegsfernseher besser zurecht kommt will man gar nicht in abrede stellen aber es gibt bestimmt auch viele user kenne ich ja selber ich mache jetzt schon seit vielen jahren die wirklich diese kino feeling und dieses serien feeling serien sind ja zwischen kinofilme also die aufwändigen erfolgreichen serie die das bevorzugen und die tendieren in der regel zu diesen geräten wenn sie nicht auf ein heimkino beamer gehen und da sind wir natürlich bei jedem punkt was hat man für die für sie für eine wahl leser tv fernseher oder beamer und die leser tv waren ja gerade so schön weil sie das kino feeling leuten näher bringen die sich so ein beamer im wohnzimmer nicht installieren können oder wollen ja und wenn jemand sich ein laser tv nicht holt weil er den zu unpraktisch findet oder nicht qualitativ der kauft sich dann eher ein fernseher geht nicht zu einem beamer beamer gibt es seit 20 jahren ja und wir haben das die erfahrung leider gemacht es gibt viele leute die wollen beamer nicht im wohnzimmer punkt und dann bleibt aber es ist tatsächlich das wird jeder erleben und sehen es ist ein erlebnis ja das großen bildes ja das muss man ganz klar so sagen das ist sehr einfach zu realisieren und man muss ja dazu sagen die geräte entwickeln sich ja weiter die brauchen ja auch noch einen gewissen abstand aber es gibt ja schon modelle die brauchen sehr wenig abstand da kann man ja aus so einem abstand wie hier nicht nur 100 zoll sondern 120 130 zoll machen und da sind wir schon wieder bei ganz anderen bildgrößen die mit dem fernseher überhaupt nicht zu bezahlen sind und die werden ja auch günstiger diese geräte die wenig abstand brauchen das kennt man ja zuerst immer die teuren und dann geht das günstiger nicht und das kommt ja jetzt alles wieder also fazit fazit ist jetzt auf jeden fall wenn du wenn du den den laser tv heutzutage schlagen willst dann musst du 20k in die hand nehmen unbedingt der laser tv hat ja natürlich auch ein paar nachteile der schwarzwert nicht und so weiter aber also wenn du kino in perfektion haben willst kriegst du das mit dem fernseher hat auch nicht so günstig hin aber ich finde wirklich fernseher das wollte ich eben sagen fernseher wenn immer so ein bisschen ein bisschen idealisiert so nach dem motto fernseher ist perfektes bild nein sind sie nicht nein es ist auch so jeder von uns war schon mal im kino und und das was du da erlebst das kannst du auch dann zu hause erleben zumindest mal das also ich was ich sagen wenn man sollte es einfach selber mal vergleichen wenn man sich einfach unsicher ist man sollte sich so ein look ich habe das schon oft erlebt erst letzte woche das lion so ein ding zum ersten mal wirklich sehen lion die noch die gar nicht wissen was das eigentlich ist und sagen das bild das gefällt mir aber extrem gut das sieht ja aus wie kino also leute die ein fernseher zu haben und 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 so was die kennen auch diesen unterschiedlichen blut das muss man sich ansehen und eigentlich noch mal verschiedene modelle deshalb ist wichtig dass händler gibt die sowas vorführen können genau beraten können genau da können wir auch dazu ich habe jetzt gerade noch mal andere sache ich weiß ich weil zuverlässigkeit wird ja auch ein bisschen diskutiert von den geräten oder so wir sind wieder auf sendung kommen wir jetzt zurück zum eigentlichen thema kommen wir zurück zum eigentlichen thema wir hatten ja oder wir wollten ja über die unglaublich großen ausfallquoten diskutieren der dlps beziehungsweise generell biemer und leser tvs und ja ich muss jetzt sagen wir haben das so gar nicht mitbekommen natürlich gab es da reklamationen auch bei uns aber die regale die sind zurzeit leer also das heißt unsere reklamationsregale da sind jetzt momentan eigentlich wenig retouren zu sehen beziehungsweise reklamationen ja gut ich meine du bist ja hier der händler die in großen stückzahlen verkauft ich bin ja nur journalist ich kriege die geräte meistens neu dann sind die brandneu dann habe ich die ja vielleicht ein paar wochen und dann sind die immer noch neu was die anschließend machen in der zuverlässigkeit das erfahre ich dann meistens eher von von händlern und meine erfahrung ist ja natürlich kann so ein leser tv kaputt gehen nicht so ein beamer kann auch kaputt gehen also darum anscheinend die tv reparaturwerkstätten nichts zu tun genau da sind mich auch beim punkt ich habe mich auch mit fernsehern beschäftigt die gehen natürlich auch dauernd kaputt und gerade im heimkinobereich wo die kunden relativ anspruchsvoll sind die achten dann auf dirty screen ist die ausleuchtung gleichmäßig sind die bei blickwinkeln probleme gibt es pixel fehler und fernseher werden reklamiert auch wie verrückt also das ist ja nicht so dass fernseher 100 prozent qualität haben und alles andere oder bimmer ich meine wenn man jetzt vergleicht bimmer und natürlich können auch bimmer kaputt gehen laser tv ist ein bimmer und es mag bei laser tv auch ein paar modelle geben die zuverlässiger weniger zuverlässiges gibt auch hersteller die haben besseren service weniger guten service aber das ist bei fernseher so bei biemann so bei laser tvs so und da ist man als kunde meiner meinung auch gut beraten in ehrlichen händler zu suchen und sagen lieber händler wenn ein das interessiert mit welchen geräten hast du wirklich am wenigsten probleme welche kommen fast nie zurück und welche geräte kommen fast garantiert zurück also ich kann ich kann natürlich aus erfahrung reden weil wir haben bis vor ungefähr einem jahr massig wirklich massig fernseher verkauft ja genau ich meine du kennst der fernseher und ich kenne die probleme und ihr könnt euch nicht vorstellen was wir da erlebt haben ja und das ist wesentlich komplizierter genau einen fernseher durch die landschaft zu schicken gerade zum service wie machst du das ja man hat die verpackung in der regel nicht früher früher war das so dass eine firma xy ja gibt ja nur zwei große dass die teilweise sogar vor ort service geboten haben die sind dann mit einem motor vor ort gekommen aus dieser riesen problematik und haben dann sowas vor ort repariert aber das machen die nicht für 3000 euro so das heißt also das kann man schon mal vergessen dann hat nämlich der kunde das problem der anwender oder der benutzer der endverbraucher hat das problem muss ja dann im prinzip wenn etwas defekt ist oder nicht in ordnung ist muss er das entweder zum händler zurückschicken oder in diesen in diese service werkstatt zu dem autorisierten unternehmen zurücksenden also wenn ich wenn ich einen großen fernseher kaufen würde würde ich den das sage ich wirklich ganz ehrlich ich würde den bei einem lokalen händler kaufen im laden sagen du kommst vorbei hängst mir den auf und wenn er kaputt ist hängst du noch wieder ab und kümmerst dich um den service und klar ist der dann nicht der aller aller billigste und billigste idealo preis aber dann weiß ich ich habe in diesem monster kein keine probleme weder bei der aufstellung noch sonst was ich kann den benutzen und wenn was ist dann wird der abgeholt und ich kriege ein ersatzgerät für die zeit also und das kostet jetzt auch nicht ein vermögen mehr das ist einfach der vernünftigste weg auch wenn man einen fernseher kauft ganz ehrlich meine meinung dass die größer die fernseher werden desto besser eigentlich für den fachhandel denn diese geräte werden eigentlich immer eher schwieriger und ich muss jetzt auch dazu sagen ich bin schon ziemlich lange in diesem business und ich bin auch ziemlich lange selbstständig und ich kann euch versprechen reklamationen die gab es schon in der steinzeit also ich hatte ich hatte vor 22 25 so lange gibt es noch hatte ich in 100 zoll philips fernseher mein ganzer stolz so ein high end philips fernseher war sauteuer die habe ich bei damals noch weiß ich nicht im kaufhaus gekauft und der war obwohl der sauteuer war und heuer in der war vier mal kaputt damals kam tatsächlich auch immer ein von philips hat immer einen techniker geschickt die kam tatsächlich zu mir nach hause haben das gerät vor ort immer reparieren das aber der ist viermal repariert worden bei mir ein super teurer fernseher 100 herrens röhren fernseher also nur mal so eine kleine anekdote dachte ich habe ich mich selber gewohnt die haben das immer repariert aber der war vier mal kaputt die haben mir da so zwei skelette gefunden aus der kreidezeit und da haben die sofort gesagt da gab es eine reklamation also gut spaß beiseite aber sagen wir so wie auch früher jedes jedes kaufmanns programm hat eine ein reklamations button ja also das heißt das ist jetzt nichts außergewöhnliches das ist auch nicht irgendwie erfunden worden oder jetzt vom himmel gefangen es gibt nur mehr reklamationen und weniger reklamationen und ich will auch nicht in abfrieden man kann als händler vielleicht auch pech haben oder immer noch als händler ist man halt auch in der verantwortung sich die partner zu suchen mit dem man solche servicefälle falls welche auftauchen abgewickelt kriegt und die hersteller die da versagen die meilt man als händler und als kunde dann auch gestern mein fahrzeug habe ich einen ölwechsel machen lassen kriege ich dann so ein beiläufig mit also ich bin da mehr oder weniger gezwungen worden zum zuhören und der hat gesagt ja bei dieser modellreihe ist der schalthebel gesteuert der hat einen sensor der macht einen fehler das kann man nicht reparieren ja also ich meine verstehst du das ist ein auto für 55.000 60.000 euro garantie abgelaufen 100.000 kilometer so ja da muss der kunde hat sich erst mal furchtbar geärgert und auf einmal hat er sich abgefunden der hat sich abgefunden das auto ist so schön finde ich immer faszinierend was dann hat er sich damit angefreundet dass im vorne im cockpit immer p aktiviert ist obwohl der fährt muss er die led ausbauen muss man vorstellen dass der im p ist also im parking modus und fährt trotzdem auto musst du dir mal vorstellen und da war der auf einmal voll und ganz damit zufrieden kommt man damit durch den tüb ich weiß es nicht also das wird nochmal beiläufig am rande und und bei uns sind eben die kunden nicht ganz so sagen wir mal wie es wie soll ich sagen die akzeptieren so einen fehler natürlich nicht wenn ein großer kratzer irgendwo drauf ist oder irgendwas sowas will man einfach nicht haben und das kann ich euch aber versprechen es kann mal sein ja dass eine charge also sagen wir haben jetzt hier diese dlp chips drin die massig verbaut werden genau man muss ja eigentlich sagen eigentlich sind diese geräte ja verwandt das ist ein dlp fast alle bis auf die ebsen und die ganze das sind ja alles dlp projektoren dlp projektoren gibt es seit also konsum hat mäßig glaube ich seit 30 jahren jetzt fast also seit 25 jahren und diese dlps da ist der text des instruments auch stolz drauf das ist mit die zuverlässigste langlebigste projektionstechnik die es überhaupt gibt es gibt dlp projektoren die hängen kneipen seit 10 15 jahren die sind vielleicht komplett voller nikotin und alles aber die funktionieren also das ist tatsächlich auch im vergleich zu lcd eine sehr sehr zuverlässige technologie bei fernsehen haben wir lcd das ist auch nicht die die zuverlässigste bei oleds haben wir nach wie vor einbrennprobleme und 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 also natürlich text des instruments kann auch mal einen dlp chip entwickeln der nicht so zuverlässig ist wie andere aber unterm strich hat diese technik seit 20 30 jahren bewiesen dass sie wirklich zuverlässig ist wie kaum eine andere technologie also in der hinsicht eigentlich auch led unkaputt bauen aber jetzt sagen wir mal natürlich es gab ausfälle auch bei uns also wir haben massig verkauft und jetzt hatten wir mal in der ganzen laufbahn drei rückläufer ja und jetzt wissen wir ja dass dlp überall drin ist das heißt also wir sprechen hier von einer millionen stückzahlen ich weiß nicht wie viele millionen die mal verkauft und jetzt haben wir irgendwo im regal haben wir 20 von den defekten geräten gesehen jetzt macht mal diese millionen geteilt durch die 20 da sind wir bei 0,00 also auch mit anderen worten was ist ein millimeter im weltall ja natürlich bei hohen stückzahlen kommt natürlich auch immer auch bei relativ gering viel zurück das ist so also ich möchte nicht wissen wie viele rückläufer samsung und lg an handy sind genau es gibt nur ein risiko das kann man abwägen einmal man kauft beim richtigen händler das würde ich immer empfehlen also das ist bei mir wirklich noch eine überzeugung deshalb arbeite ich seit 20 jahren auch immer mit händlern zusammen weil ich denke heimkino komponenten das ist hightech das kann natürlich immer kaputt gehen aber das betrifft wie gesagt alle technologien und auch die high end fernseher und da braucht man einen zuverlässigen partner genau das sage ich so viel dazu das nennt man doa da wird ein doa fall eröffnet ja das heißt dead on arrival das ist das das ist der unglücklichste fall wenn es kaputt ankommt aber da wird es ganz unkompliziert gemacht es wird einfach gegen neu ausgetauscht keine diskussion und das problem hat natürlich der händler das heißt der ist ja auch euer vertragspartner das kann es kann für den händler dumm ausgehen und es kann eben mal aufgrund der personalsituationen heutzutage auch bei den unternehmen dazu führen dass das vielleicht mal sechs monate dauert bis ich mein geld wieder bekomme das ist wird nämlich gerne mal auch vergessen also aus kundensicht nach dem motto ach der händler will mir irgendwas verkaufen der händler wird wirklich vermeiden wollen euch ein schlechtes gerät zu verkaufen denn wenn er weiß dass die gefahr dass ihr defekt habt sehr hoch ist dann weiß er hat damit zusätzliche arbeit ja und dann ist auch der gewinn nicht der gewinn weil die ganze arbeit und wenn dann der händler noch weiß dass der hersteller dahinter unzuverlässig ist dann weiß er auch garantiert dass ihr als kunde total sauer werden dem händler vorwürfe macht den hersteller vorwürfe macht und weder bei händlern noch bei hersteller jemals was neues kaufen würde deshalb ist jeder intelligente händler im vorfeld bemüht die hersteller zu finden die zuverlässige produkte und guten service bieten dann dann sage ich jetzt noch mal da ist noch mir fällt jetzt noch mal ganz wichtiger grund ein oder oder fakt dass ja die ganzen geräte heutzutage die werden ja in china gefertigten ich kenne keinen hersteller egal wie schön der sich nennt und wie schön der auch überall woanders ansässig ist ob das jetzt korea japan singapur ist die fertigen heute alle in china also die high end modelle werden teilweise zurück nach japan also ich habe zum beispiel aber natürlich ich hatte da eine reklamation mit einem fernseher und ihr könnt das nicht glauben ihr könnt das nicht glauben was ich euch jetzt sage ich habe das auf dem bild gesehen da hat ein kunde reklamiert dass hinten dort wo die aufhängung ist also die weser verbindung da gibt es ja ein gewinde und da konntest du nicht reinschrauben weil da ein kabel gelaufen ist also das heißt da haben die anscheinend was das was das für ein stromkabel war und auf jeden fall war das sichtbar und das kann passieren also es ist für mich zwar es ist auch für den hersteller nicht nachzuvollziehen gewesen was da passiert ist ich hatte schon fernseher im test die da war der rahmen nicht richtig verklebt da sahst du die ganze led beleuchtung wenn du schrägst dass er aus wie so eine kürmes beleuchtung weil die so ein abstand hat also das kann neue geräte und es wird aber nicht passieren dass hier irgendwann besteht es mir bei alten häusern wenn sie von auf der außenwand kabel verlegen also das wird man hier jetzt nicht finden bei uns also da kann ich jetzt schon mal entwarnung geben aber kommen wir jetzt vielleicht noch mal zu einem ganz anderen thema ja das wollte ich hier nochmal ansprechen und zwar ist es ja so es gibt ja hdr hdr 10 es gibt dolby vision und was weiß ich noch dolby ja so und jetzt ist es ja so dass ja die ganzen modernen kinofilme ja die haben ja gewisse was weiß ich kontrast werte die haben gewisse helligkeiten und aber die ausgabegeräte egal ob jetzt tv oder oder auch hier beamer die können zum teil diese helligkeit gar nicht erreichen zum beispiel werden die gemastert mit 1000 mit 2000 mit 3000 und dolby vision will sogar mit 10.000 nits hier an den stadt gehen und das können doch die beamer gar nicht und jetzt frage ich dich mal was ist denn da jetzt wichtig auf was soll ich achten da sind wir vielleicht wieder bei dem vorteil von einem von einem fernseher fernseher auch die günstigen fernseher günstigen 100 zoll oder 98 zoll fernseher die sind sehr hell 1000 nits 1200 nits schaffen die dann sind ja meistens lcd basierende geräte das heißt die haben diese helligkeit die eigentlich 1000 nits ist ja eigentlich so die grundkonfiguration für hdr eigentlich ist auch mehr als ausreichend weil das wirklich schon hell ist dann eigentlich ein fernsehervorteil weil er diese helligkeit hat die die norm hat die hdr norm und er muss nicht so viel anpassen ein beamer sei es so einer oder ein laser tv hat diese helligkeit nicht je nach screen es gibt natürlich screens die erhalten viel helligkeit gibt aber auch screens die kosten helligkeit real sind wir so 5 600 nits mit den laser tvs bei helleren können wir auch mehr schaffen wenn man jetzt nicht so ein high end modell kauft aber sagen wir mal 5 600 nits ist so realistische leuchtdichte bei einem das ist weniger als die hdr norm und damit das bild nicht allgemein zu dunkel wird muss der laser tv nachregeln also entweder muss man den geschickt einstellen oder der laser tv muss nachregeln und dann gibt es verschiedene möglichkeiten da gibt es einerseits das bekannteste ist glaube ich dolby vision dolby vision hat sich dieses problems angenommen aus einem einfachen grund im kino hat man dasselbe problem kino hdr ist ein standard den kann man im kino überhaupt nicht abbilden es gibt keinen projektor auch nicht der teuerste laser projektor der welt der die 1000 nits bei einem 40 meter breiten oder 20 meter breiten screen auf die geht nicht geht auch übrigens bei dolby vision kinos nicht das heißt dolby hat sich die als erster gedanken macht wie kriegen wir hdr effekte im kino hin und sind auf das einerseits haben sie extra projektoren entwickeln lassen um mehr helligkeit sind aber auf diese thematik gekommen dass es eine dynamische anpassung eine sehr sinnvolle geschichte ist um eben das material auf das ausgabegerät zu optimieren und nachteil der geschichte der film muss mit dolby vision gemastert sein da müssen diese ganzen metadaten hinterlegt sein damit der prozessor der dann wiederum in dem fernseher in dem laser tv oder im beamer steckt das anpassen kann damit in echtzeit die belichtung am einfachsten ist formuliert die belichtung muss für jedes bild angepasst werden und das macht dieser dolby vision prozessor möglichst vollautomatisch da gibt es auch die public domain variante hdr 10 plus da verdient dann dolby nicht dran ist mehr oder weniger das gleiche muss aber auch entsprechend gemastert werden und dann gibt es die findigen hersteller die sagen wir machen unsere eigenen algorithmen also da brauchen wir auch gar keine gemastert das geht mit jedem material das hdr dann ist nicht der der fernseher kennt seine leistungsdaten oder das ausgabegerät und der kann ja auch in echtzeit die pegel analysieren und da gibt es ja hersteller die da sich sehr hinterklemmen im heimkinobereich bei allen produktkategorien bei bimann sony und jvc bei laser tvs lg und bank you und bei fernsehern sony das ist fast alle daran arbeiten sony samsung lg und so weiter die arbeiten inzwischen auch sozusagen mit ihrer eigenen intelligenz um hdr anzupassen aber das ist noch einmal ein thema diese geräte sind eigentlich an dem kino an dieser kino charakteristiken ja dran und brauchen deshalb eigentlich auch eine anpassung mehr als vielleicht ein fernseher also ich muss aber auch dazu sagen du hast ja bei einer unserer letzten sessions wo wir hier gemacht haben da haben wir uns da mit diesem dolby vision und reg 2020 ausgiebig beschäftigt und da haben wir praktisch und ich habe da auch noch mal recherchiert ob das tatsächlich so ist und da haben wir wenn wir umgeschaltet haben auf dolby vision hat sich der fabraum gesenkt von reg 2020 auf reg 709 das heißt er hat den reduziert obwohl der hier 18 bit hat also das hängt immer vom ausgangsmaterial wenn das einfach ausgangsmaterial die cip 3 hat dann sollte er das möglichst nicht tun dann ist es ein fehler du aber das war ist nicht das problem von dolby vision das ist das problem also wir hatten ich weiß nicht ob das jetzt netflix war oder oder das kann also das ist immer noch das obliegt immer noch demjenigen der das sendet also wenn dem zum beispiel wenn der sagt meine kanäle geben das nicht her wir müssen jetzt reduzieren weil wir zu viel metadaten noch mitschicken müssen ja also da sind wir auch wieder beim thema das klingt in der theorie alles so gut die praxis sieht immer noch ein bisschen anders aus weil genau in der es gibt netflix es gibt amazon prime es gibt die blu-ray die blu-ray ist vielleicht immer noch das medium das zuverlässigste in dieser sicht ist auch das umständlichste aber logisch die haben datenrate und alles mögliche an faktoren die sie berücksichtigen und das kann schon sein dass hier und da es kann sein dass du kastriert wird was gar nicht sein oder du brauchst eben classfaser es kann auch einfach fehlerhaft programmierte apps geben ja also die app funktioniert einfach nicht richtig das sind alles probleme deshalb gibt es ja alle fünf minuten updates heutzutage mir geht das persönlich ziemlich auf die naja aber ich denke mal ganz einfach dass die performance dann nicht ausgereicht hat das kann auch ein grund haben sich 20 das ist ja ein eigenes thema für ein video müssen wir mal recherchieren genau das sollten wir machen aber ich habe nämlich recherchiert und also jetzt nur theoretisch theoretisch und habe gesehen dass es sehr wohl rekt 2020 bei dolby vision unterstützt wird natürlich ja und und sogar bis 10.000 nits ja ja dolby geht ja noch einen schritt weiter und das auch noch bei 10 bit da sollte man eigentlich die kirche im dach lassen da sind wir übrigens auch wir wollen jetzt nicht endlos diskutieren 10 bit muss ein display erst mal darstellen können können viele können also ein oled kann das auf keinen fall genau oled die sind bald von 10 bit 10 bit ist noch extrem feine abstufungen muss man das haben oder 12 bit ich weiß gar nicht das ist natürlich auch ein bisschen marketing klar 10.000 nits mit 12 bit klingt toll braucht man 10.000 nits ist verdammt hell ich kenne schon den trend mittlerweile ich merke das bei tausche mich viel mit konsumern aus denen ist hdr zu hell hdr wurde als heiliger grad wie außen wie wie die realität das ist vielleicht zu hell hat man müssen mal kurz eine pause da ruft jemand an hoffentlich kein notfall die polizei google google ruft an google aus hamburg wir haben überzogen gegendarstellung ich wollte sagen nicht umsonst gibt es inzwischen hdr tag und nacht modus ne ja warum weil die hersteller genau die leute tatsächlich google gemeldet die haben gesagt wir haben sehr wohl rekt 2020 genau mit dolby vision wir haben genug datenbreite datenbreite ja genau aber zum thema hdr inzwischen gibt es auf einmal hdr tag hdr nacht dolby vision tag dolby vision nacht warum weil auch das mag ja alles sein mit der ist die praxis zeigt was die leute wie sie es akzeptieren und die resonanz bei hdr selbst sogar bei filmfreaks ist das ist zu anstrengend für die augen ich werde geblendet ich wird es macht keinen spaß es sieht zwar toll aus aber es macht keinen spaß und darauf haben die hersteller wieder mit reduziertem hdr sozusagen und da sieht man auch es wird es ist immer viel marketing im spiel das ist wie mit dem watt je mehr watt desto besser je mehr ps desto besser leider die ps müssen auch irgendwie auf die straße also auf jeden fall auf jeden fall es fängt an wirklich irgendwann sinnlos zu werden aber sagen wir mal so das hdr jetzt mal an das nummer aufzugreifen war das ja das einfachste hdr ja die einfachste methode ist sagen wir dieses ton mapping richtig darzustellen und das machen ja einige hersteller heutzutage sehr gut gerade benq ja also hier trennt sich langsam die spreu von weizen die 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 beamer sind technisch teilweise ähnlich aber in der software steckt auf das nur gerade bei hdr nicht dass das bei den high end beamer hat man das gut gesehen in den anfängen sony mit den dynamischen hdr dann jvc die das immer weiter optimiert haben dann diese externen prozessoren also das ist da steckt sehr viel know how ist auch nicht so einfach das gut hinzubekommen und die hersteller haben so einen kleinen wettkampf ist es auch so dass kommen wir noch mal zu den günstigen fernsehern ja was glaubt ihr denn was dafür prozessoren drin sind es werden also ich meine wenn einer heutzutage sagen mal weiß was eine grafikkarte kostet also ich eine hochwertige und was ein hochwertiger pc kostete kann er sich vorstellen was da für einen prozessor zum einsatz kommt und ob der das rechnen kann ja ich weiß nicht ich glaube bei vielen steckt so mediatek drin das ist so eine marke die man immer wieder hört für die für die gängigen für die also jetzt nicht für die spezialisierten marken viele fernsehersteller haben ja ihre eigenen prozessoren inzwischen ich weiß gar nicht habe ich jetzt auch nicht wie weit sie die günstigen modelle überhaupt voll aus freischalten oder einbauen aber natürlich die signalverarbeitung kostet auch geld und ist meistens immer ein teil der high end serie und wird erst im laufe der jahre nach unten gebrochen ja und ja insofern darf man da auch nicht das beste vom besten erwarten bei den einstiegsmodellen herstellen was auch ganz bewusst nicht weil sie haben ja auch die teuren geräte verkaufen wollen ja auch nicht dumm und verkaufen einem alles zum einstiegspreis also noch mal noch mal vielleicht zum schluss also vielleicht noch mal zum samt zu erfassen weil wir auch die zukunft von laser tvs meiner meinung nach ist es wirklich eine prioritätensetzung was möchte man ich möchte man wirklich kino pur dann ist man vielleicht mit einem frontbeamer am besten bedient aber den aufwand scheuen wir wollen den einfach nicht im wohnzimmer kann ich verstehen ich habe auch ein wohnzimmer könnte ich kein beamer installieren extra kinoraum würde aber auch nicht jeder will nicht jeder unbedingt in kinoraum gehen um filme zu gucken gut ich meine kann es natürlich aber auch in einem möbel dahin stellen und dann will man wirklich tagsüber fernsehen ja ist ein fernseher am besten will man aber vielleicht wirklich so die kombination aus fernsehtauglichkeit und wirklich projektions feeling kino feeling dann ist und bleibt der laser tv eine super ein super hybrid aus dieser geschichte und das ist auch in ein zwei drei vier fünf jahren selbst mit einem high end also dieser oled fernseher den ich erwähnt habe für von lg der hat ein mega bild aber auch das ist nicht unbedingt ein kinobild nicht also es wirkt halt anders ein fernsehbild und die laser tvs haben meiner meinung nach ihre berechtigung weiterhin erst recht wenn wir jetzt noch größere bilder wieder aus kürz und genau und wenn wenn der beamer tatsächlich sagen wir eine herkunft hat aus china dann rate ich oder es gibt ja auch da die möglichkeit sowas zu versichern ja also man kann da eine versicherung eine wertgarantie zum beispiel mit erwerben und wenn ich da keine ersatzteile mehr bekomme dann bekomme ich da einen wertausgleich mehr es ist wohlgemerkt dann der zeitwert also ich kriege nicht den neupreis also wenn das jetzt nach 1 2 jahren passiert kriegt man natürlich den zeitwert aber ich gehe da nicht leer aus und musste in die röhre gucken das ist in diesen höheren preisklassen ja auch prozentual zum kaufpreis gar nicht so hoch ich weiß es gar nicht gibt es eigentlich ist das gedeckelt das ja genau das geht nach umsatz also nach kaufpreis ja und ja sagen wir so dass der der preis das geht von also man kann wählen zwischen drei und fünf jahren ja und ich will jetzt nicht lügen aber ich denke das kann man bei uns auf der webseite gibt es einen konfigurator beim direkt beim artikel beim produkt und ich glaube bei 1500 euro sind 139 euro inklusive steuer also das heißt es kann sein dass es dann wenn man fünf jahre welt dann vielleicht 20 30 euro mehr sind aber dann bin ich rundum abgedeckt also ich habe da auch stürz und fallschaden und was weiß ich lüfter defekt was weiß ich kaffee draufgeleert ist das wirklich so also mal als laie denkt man ja die versprechen wir alles aber wenn ich dann den fall habe fangen sie an rum zu jammern und versuchen sich raus zu reden nein 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 das funktioniert wirklich ja das ist hier so okay also das heißt hier wird nicht nur da wird auch dummheit versichert und und das ist oft der grund dass man dann leider zum kunden sagen muss nee tut mir leid kaffee hat hier nichts zu suchen ja ja aber das ist also so da gibt es die wertgarantie ist auch ist vielleicht auch ein guter tipp ja definitiv das sollte man auch bei jedem kunde bei jedem kunden ansprechen dass das eigentlich wenn man so ein produkt hat wenn man so ein produkt im portfolio anbieten kann dann soll man das auch nutzen und das ist wie die wertgarantie schon sagt ein mehrwert für das produkt und dann will ich an dieser stelle möchte ich mich jetzt erstmal bedanken weil wir haben jetzt fast keine themen mehr für das nächste mal und aber uns wieder mal festgequatscht für uns wäre jetzt mal ganz wichtig dass ihr tatsächlich weil wir haben relativ wenig positive kommentare ich möchte natürlich hier dass ihr positiv seid ja dass man auch merkt dass unsere videos geguckt werden ist es für uns unheimlich wertvoll wenn wir von euch auch mal ein paar kommentare bekommen nicht nur okay und so weiter reicht ja schon aber damit man mal weiß dass hier draußen leben ist und dass sich unsere arbeit lohnt ja was sich auch interessiert an 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 themen nicht genau dass wir weil weil der ecke der ist da unheimlich auf dem gebiet bist du ein experte mich interessiert auch wirklich also ich habe es ja eben schon gesagt also diese dieses fernsehthema ist schon ein interessantes thema ich finde ich persönlich immer falsch dass das alles so gegeneinander ausgespielt wird ein fernseher muss nicht eine leser tv killen und leser tv macht ein fernseher nicht schlecht es ist wirklich aber man sollte eine anwendung verdrängt auch ein beamer nicht genau man soll halt wenn man jetzt eine mietwohnung hat oder sowas muss halt das selbst abwägen was möchte man was guckt man was für ansprüche hat man und dafür gibt es immer die optimale lösung das kann ein high end beamer sein ein low end beamer ein high end laser tv low end laser tv oder ein high end tv oder ein low end tv genau und wir wir haben uns jetzt vielleicht noch mal zum schluss wir haben uns eher von der tv schiene getrennt weil ganz einfach die der transport zum schluss teurer war wie das ganze gerät und das und auch unser lager war ständig bis sie das habe ich eben schon mal angesprochen wird spannend mit den 100 zoll fernsehern und es gibt ja jetzt schon die ersten 120 fernseher wie bringt man die eigentlich zum kunden wie baut man die auf wie fährt wie läuft der service ab das sind eigentlich noch sachen die ich glaube ich auch erst im laufe der jahre genau und wir haben jetzt ja gemerkt dass da ja du kannst du nirgends hingehen und gucken genau man kann sie ja schon gar nicht probe sehen also mal sehen da vielleicht vielleicht wird der fachhandel da bei den großen fernsehern wieder wichtig werden tausend kommentare kriegen bestimmt die dann doch sagen hier kannst du es gucken oder hier kannst du ja gut das ist vielleicht sollte man mal ein verzeichnis anlegen genau aber nicht bei uns also dann vielen dank und wir sehen uns dann im nächsten video tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020